moin moin leute herzlich willkommen zu einer neuen runde battlefield auf ivojima mit dem dodo und dem snappi und so bei mir ruckelt die karte das liegt ja ganz am anfang auch kurz gehabt jetzt geht's ich habe 97 die kommen die kommen mit schiffen 97 triffst du auch gegner bei dem ping die schiffe kommen ich gehe runter ins m2 oder kommt panzer aber da kommt panzer du hast echt getroffen oh mein gott flugzeug aber ich wurde geholt bei dem geruchte jungen panzer getroffen kann ich aber nichts zeitlich werden wir angegriffen johannes ja da kann ich nicht hingucken schiff kommt zwei landungsboote ein landungsboot ist gelandet ja und er holt mich natürlich aus dem wasser besser als ich neben mir und mich und mich doch warum tust du das jetzt angeschossen ein panzer kommt ja aber auf den kann ich nicht schießen der muss erst einen drehen hat 19er treffer kann ich auf ihn schießen kann ich auf ihn schießen weg 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 ist ausgestiegen der ist ganz der ist ganz er ist nicht ganz er ist fast am arsch oder doch der ist ganz mit minimal ganz wie kann man wie kann man da noch mal außensicht machen ist eh aber das geht ja auf dem server nicht ach alter btf einfach nur unten am boot ist gelandet am boot sind drei leute oder sowas aber ich treffe bei dem ping echt nix das ist ja ich habe zwei hp ich habe ihn gehittet ne ich habe ihn niedergehalten ok ich habe ihn tot ich habe ihn tot der karte willst du mit den amis echt nertauschen mal das ist absolut kacke dem stimme ich komplett zu schiffe wieder drei schiffe ja waren alle nach rechts ich bin angesnipet oh gott ich drehe oh mein gott jetzt wurde ich von einem schiff weg gemacht aber nicht nett ei 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 mit dem ping ruffelt das ja enorm alle ja angenehm ist es nicht das stimmt guck mal beim zuschauen geht's guck mal beim zuschauen geht's guck mal beim zuschauen geht's upsala alter der dich dich beinah weg geboxt alles gut ich werde gesniped und da kam der andere panzer der hat mich natürlich geholt da hinten ist wer da hat genommen alter what the hell hallo 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 danke hallo da ist mir aber grad knapp ja alter warum trifft denn der mit hallo kniper gegenüber schlicht ich bin tot kniper unten am schiff oder das ist ein strand da ist ein panzer da von uns fährt ein panzer ja und ich könnte ein flugzeug nehmen nehme ich jetzt auch mal ach ich kann ja nur in sicht machen oder das ist scheiße ich geh sowas so snappy dich kann ich da nicht holen ne 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 lass 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 oh nein ach da ist ein scheiß panzer deswegen der ist dead natürlich alter was ist denn jetzt los lecker alter da sind drei panzer lecko mio ach man ey warum sterben die einfach nicht du schießt da 30 schuss drauf und der trifft keiner jetzt kommen die mit ihren panzern durch oh well abgestürzt ich bin in den panzer geflogen ich auch aber nichts passiert also mit flugzeug in sich kann ich ja gar nicht fliegen ne ich auch nicht das war nicht so tragisch oh unser panzer ist da ne unser panzer lebt wieder ich komme mit dem panzer zwei stück ich bin einfach die gassen bisschen und ich bin tot die stehen mit panzer direkt an unsern wir verlieren ziel anton jetzt fängt schon wieder der panzer an ja sniper ach ach sniper vom schiff ja ja ich bin jetzt auch ich glaube das ist nie wirklich am hardcore ja das ist was anderes aber das ist die einstellung anders versucht einfach mal so zu überleben auf dem punkt oder so wenn das geht ich habe dem 54 damage gegeben wir müssen panzer ausnehmen wir müssen panzer ausnehmen wird schwer sag ich dir oh fuck it der panzer wo war der her ich habe den gar nicht gesehen das gibt den ah einer bei der flugabwehr panzer packt dodo ist gerade im fein ja gut hat sich erledigt da kommen welche da sind drei bis vier leute die hochlaufen zwei panzer die da drüben stehen hey der panzer sieht mich früher wie ich ihn mhm alter wo kommt er denn her bei mir liegt einer hier unser panzer ist afk und steht rum bei uns ist schon hinter hinter bspot ist einer in dem graben drin ach mann ok das war der können die denn alle so rumsliden alter belebt mich doch nicht wieder wirst du von irgendwo beschutet wirst du von überall beschutet ich will den panzer holen schnell von vollidiot wieder einfährt hat mich erwischt eine lvd hat mich erwischt mich halb hm ja tut man ja 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 30.000 mal net getroffen 30.000 mal 30.000 mal ist nix passiert ich habe ich aber zweimal erwischt du dummer scheiß da werde ein bisschen am strand stress machen wollte am strand stress machen lief nicht so gut so wäre aus dem kampfgefecht hier kannst du katana kriegen gibt es hier irgendwo munition das ist ein medic? ich weiss nicht, kann auch Junge ich, Alter das ist halt das problem an so einem 100 ping server weil ich hab dem typen gerade den rücken geschossen ich hab halt keine marke gekriegt auch dringend jemand bei mir ich glaube auch keiner was jo mal mann man办 masyou man, ich bin vielleicht down hier ist irgendwo ein panzer gewesen ich habe nicht gebrochen ja down dort stockede ich wieder wenn ich es schaffe ja lass lass ich spaw aber ich muss eine locabe Fertig kriegen, danach kannst du schlafen. Hey, wo denn? Von wo wurde ich jetzt gemacht? Hey, wo denn? Von wo wurde ich jetzt gemacht? Du musst noch einen von euch wiederbeleben, dann hab ich die Aufkommen fertig. Ja, ich bin tot. Ich bin Sniper. Hilfe! Ich brauche Hilfe! Come on, Baby. Give me. Jawoll. Das ist aber irgendwo ein Dreckssniper. Alter, Mann. Drecks Panzernüsse. Wir sind noch 100 von uns von denen töten. Wie kommen die eigentlich mit so vielen Panzern, Junge? Ich krieg das vollster Platz. Aua. Hey, die müssen ne Chance haben. Dann kriegen die am Anfang erstmal viele Panzer, bis wir auch Panzer kriegen. Ja, und wann ist das? Bis wir verloren haben, oder was? Ich will mit dem Punkt hier jetzt verlieren, was gerade der Fall ist. Ach, Sniper von links ist typisch. Der Panzer ist fast down. Ja, das war's jetzt mit dem Sektor. Zieht euch zurück. Rückzuuug. Das kannst du... Jetzt hat mich ein Mate von uns geholt. Echt jetzt? Ja, mit Landminen. Krass. Da musst du auch... Ja, klar. Das ist logisch. Aber da musst du aufpassen. Dass du da nicht drüber fährst. Krass, dicker Landmine. Ach. Wenn der überall an uns ein Spot das wirkt, dann soll ich den das sehen. Wir haben viel weiter, irgendwas. Ja, stimmt schon. Jo, der hat Kamikaze gemacht. Ne, ich hab das Flugzeug abgeschossen. Achso, okay. Mit meiner Fliegerfaust. Mit meiner Fliegerfaust. Hey, bist du? Idiot. Wieso schießt der auf mich? Lackesaufen oder was? Ich weiß nicht, warum der auf dich schießt. Tisch! Okay. Die Kaliber 48. Oh nein. Oh nein. Jetzt. Ich werde direkt von einem Big Sniper beschossen. Same, same, same. Ich hocke in der scheißen Base, Junge. Verpiss dich mal. Okay. Johannes, tu mir bitte eingefallen. Wenn wir nochmal einen Hardcore-Server spielen. Kein 200%igen, wo wir keine Außenliste machen können. Das sehe ich allerdings auch erst, wenn ich auf dem Server binde, oder ne? Der steht auch draußen. Der stand direkt von vorne. Oh, da hab ich nicht vergesen. Tut's mir leid. Weil da kannst du ja gar nicht kontrollieren, wo du mit dem Panzer hängst, oder nicht. Ah. Wo du halt wirklich keine Sicht hast. Na ja. Zweiter Weltkrieg. Kamikaze. Als ob der das überlebt hat. 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 Ja, alter. Der ist übelst tief geflogen. Das sah so aus, als wäre abgestürzt. Aber ne, anscheinend nicht. Achtung. Wir haben Zielberta verloren. Zieht euch zurück. Hä? Wir haben den Sektor verloren. Toll. Er schießt mich einfach an, der Bock. Ja, das hatte ich immer das Problem. So ein homofürst. Racketenquerschläger. Zurück ins Kampfgebiet. Ich... Hä? Wirst du mich jetzt komplett rollen? Auf jeden Fall will er das. Ach, Mann. Das ist das Ziel des Spiels. Dich zu rollen. Dich zu rollen. Verleih dich diesen Sektor. Kriegen wir jetzt Panzers? Wir haben schon zwei Panzer. Die kommen gerade nach vorne. Ah, zwei. Die fahren hier mit 6000 gefühlt rum. Ich glaube, wir haben drei. Sie kommen. Schuldet. Oh ja, sie kommen. Gib die Panzer hoch. Ach, scheiße. Oh ja, sie kommen in Artillerie. Aua, Aua, Aua. Wie kommt der denn schon wieder hinter uns? Wie? Oh mein Gott. Panzer unten auf der Straße. Wer steht denn an mir? Wollt mich einer? Wollt mich einer? Wollt mich einer von euch? Nee, du bist die Zipel. Nee, du bist die Zipel. Gar nicht, aber da try. Ab ihn. Sehr schön. Und nebendran direkt an den Stein. Holst du mich oder schaffst du es nicht? Kann ich nicht, nee, nee. Respawn, sorry. Alter. Okay. Das nervt mich. Alter, ich bin gleich beim all der vier Moment. So schlimm schon. Ja, Alter. Ich verstehe nicht, wie die Sniper dauernd hinter uns kommen. Ah, keine Ahnung. Ist schon ein bisschen nervig, aber... Bleib einfach im Graben, wenns geht. Das Problem ist ja, ganz ehrlich, äh, du darfst ja nicht in ihr Gebiet, aber die dürfen ja in deins, weißt du, so in der Art. Oh. Auf irgendeinen. Dodo wird vom Panzer beschossen. Sniper. Einer fährt außen rum. Panzer. Der schießt gerade auf unser Geschütz. Alter, der Panzer ist gerade explodiert. Yo, Panzer ist down. Unser Panzer existieren auch nicht mehr, ha? Doch, einer fährt noch. Unten am Strand fährt einer und da ist auch noch einer. Dodo hat jetzt... Nee, Snappy hat einen Panzer. Ich hab einen. Nee, ich hab keinen Panzer. Achso, okay, ja. Ich war gerade auf Snappys Sicht drauf. Ich hab mal die große Karte ein bisschen entwickelt. Snappy, hinter dir ist ein Panzer. Ja, an dem Loch sind wir hier noch. Dodo, da kommt ein Fahrzeug aus deren Base. Flugzeug liegt auf dem Spot A. Sehr schön. Wow. Nicht nachlaufen, wir haben kaum noch Leute. Noch 49 Gegner. Äh, 79, sorry. Irgendwann, haltet einfach die Position. Schlafen wir. Easy. Position halten. Position halten. Position halten. Aber der Server ist doof. Ach ja. Der lag zu krass. Ja, nee, ich mag auch die Einstellungen nicht. 85er Finger. Mit dem Quatsch, von wegen hier auf Third-Personal-Fahrzeugen verzichten oder so. Das nur schlechtere Finger. Das fett was explodet. Das kann's nicht sein, alter. Ach ja, das war schon wieder. Ja. Ich fliege auf mich, Junge. Ah, Kecke ist unten. Mach ihn weg. Jo, der ist explodiert, der hat keinen Bock mehr. Das hat jetzt überhaupt keinen Spaß gemacht. Dö, dö 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 dö. Weiß nichtegren非常的 kann es weiter stark? Ja, ich schieß zwanzigmal auf den Panzer und weiß ja, gefühlt, dreht er sich um. Gibt mir drei Schüsse und ich bin down. Kannst du mich das reparieren? Jawohl. Ich repariere hier unser Flaggeschütz hier. Hätte ich aber von fünf Snipern unter Beschuss genommen. Ja, das ist auch geil. Ich versuche A zu decken, komm mit dem Panzer. Na, da sitzt noch einer. Dann schießt da ein Dreck-Sniper, Alter. Ich habe keine Lust mehr auf die Scheiße. Ich fange einfach wieder an zu snipern, wenn das so weitergeht. Du bist ausgeschnitten, der Massaker, ich habe ihn gekriegt und du bist gleich down, gefickt habe ich dich. Ein scheiß Flieger dauernd über die Base, Dodo schießt halt mit dem Panzer in die Base rein. Dodo weiter rechts unten am Strand ist ein Panzer. Ich brauche einen Reparierer von euch. Chris, komm bitte mal als Mechaniker. Dann lass ich das mal besser. Du musst dich mal hinter mich stellen. Hat Hit? Ja, Sniper, sein Vater, Alter. Bleib hinter mir stehen. Ja, ja, ich bin hier. Hat wieder Hit. Bleib nach. Wieder Hit. Schön, weiter. Alter. Oh, oh. Reparier. Kann ich reparieren, ich bin instant gestorben. Alter, was sind das denn für Raketen? Das war Flugzeug. Man hat ein Flugzeug auf dich, eine Rakete, eine Bombe fallen lassen erstmal. Wenn man richtig dreist. Unser Pilot macht nichts. Okay, ich gehe zu A. Scheiß jetzt mal auf den Panzer. Sniper. Sniper. Die sind On-Spot. Komm schon, die haben nur noch elf. Wir haben es geschafft, Alter. Oh mein. Dieser Bullshit, Alter. Oh mein. Oh mein. Ihr kämpft bis zum Ende. Alles klar, Leute. Wenn euch der Bullshit gefallen hat, sondern schaltet bei der nächsten Folge wieder rein. Der Bullshit. Dann wünschen wir euch noch einen wunderschönen Glück. Alles klar. Haut rein. wave den Zischenzeit. Vielen Dank.